Joseph Prince. Geistliche Kampfführung. Aus dem Englischen von Mirjam Mutschler. Gelesen von Philipp Scheppmann. Erschienen im Grace Today Verlag. Schotten. Kapitel 1. Stehe mit der Waffenrüstung Gottes. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Epheser 6, Vers 11. Der Teufel greift Gottes Ebenbild an. Geistliche Kampfführung ist ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens mit Gott. Um uns herum findet ein unsichtbarer Krieg statt. Er ist im Natürlichen nicht zu sehen, doch er ist real. Sobald du geboren bist, hast du automatisch einen Erzfeind, der sich ganz deiner Vernichtung widmet. Sein Name ist Satan. Er ist der Feind jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes. Er hasst dich, ob du Christ bist oder nicht, weil Gott dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Manchmal passieren uns ungewöhnliche Dinge. Wenn man feststellt, dass diese Dinge regelmäßig geschehen und man erfolglos versucht hat, im Natürlichen mit ihnen fertig zu werden, muss man kein Genie sein, um zu wissen, dass das ein geistlicher Angriff ist. Der Teufel ist ein bisschen wie eine Frau, die von ihrem Freund verlassen worden ist. Sie bewahrt sein Foto auf, schaut es an und dreht dann ein wenig durch. Sie fängt an, das Foto zu attackieren, es zu beschimpfen und zu verfluchen. Bald bekommt es Löcher und Risse. Wenn sie schon ihren Freund nicht attackieren kann, dann wenigstens sein Foto. Der Teufel tut das Gleiche. Er kann es mit Gott nicht aufnehmen, weil Gott zu mächtig für ihn ist. Also hat er es auf Gottes Abbild abgesehen. Dich und mich. Aber das ist der Unterschied. Bist du Christ und der Teufel greift dich an, dann sagt dir das Wort Gottes, wie du siegreich in dem Sieg stehen kannst, den du in Christus hast. Andererseits stehst du, wenn du kein Christ bist, unter der Herrschaft des Teufels. Und er kann jederzeit sagen, jetzt bist du dran. Nicht nur zurechtkommen, sondern im Sieg leben. Die gute Botschaft besteht darin, dass die Bibel uns nicht lehrt, wie wir mit unseren Problemen zurechtkommen können. Sie lehrt uns, wie wir immer im Sieg leben. Die Welt zeigt uns, wie man zurechtkommt. Seminare bringen uns bei, wie wir mit Depression, Krankheit und zerbrochenen Beziehungen zurechtkommen können. Aber Gott will, dass wir überwinden. Sein Wort zeigt uns, wie wir über diese Dinge Sieg erfahren. Das ist der Unterschied zwischen dem, was Gott für uns will, und dem, was der Teufel uns antun will. Ein weiterer Unterschied ist der, Sobald du an Christus glaubst, hast du in Christus alles. Alles. Die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Beachte, wie die verwendete Zeitform auf eine vergangene Handlung hinweist. Er hat uns gesegnet. Mit allem. Die Welt denkt, sie hat alles. Menschen, die nicht an Gott glauben, prahlen manchmal damit, dass sie viel haben. Sie sagen, ich bin sehr wohlhabend, ich besitze viel. Sieh dir mein Haus an, sieh dir mein Auto an, sieh dir meine Bankkonten an. In 1. Mose 33, Vers 9 sagte Esau zu seinem Zwillingsbruder Jakob, dass er reichlich hatte. Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Denke daran, dass Jakob Esau um den Segen betrog, den ihr Vater für den Erstgeborenen bereithielt. Daraufhin wurde Esau sehr verbittert und hasste Jakob. Jakob lief davon, und die Brüder waren viele Jahre lang getrennt. Eines Tages trafen sie sich wieder. Jakob fürchtete sich immer noch vor Esau wegen der Dinge, die er ihm vor vielen Jahren angetan hatte. Aber Jakob wusste nicht, dass Gott Esaus Herz erweicht hatte. Also schickte Jakob Esau Geschenke, um ihn milde zu stimmen. In 1. Mose 33, Verse 10 bis 11 heißt es, Nein, bitte nimm meine Geschenke an, wenn du mir gewogen bist, sagte Jakob. Du hast mich so freundlich aufgenommen. Als ich dich sah, war mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Bitte nimm meine Geschenke an, die dir überbracht wurden, denn Gott hat mich überreich beschenkt. Ich habe mehr als genug. Jakob drängte Esau so lange, bis er die Geschenke schließlich annahm. Während Esau reichlich hatte, hatte Jakob alles, was er brauchte. Die Welt kann damit prahlen, dass sie viel hat. Weißt du, es ist möglich, in einem großen Haus mit vielen Zimmern zu wohnen und in keinem dieser Zimmer ruhig schlafen zu können. Es ist möglich, alles Geld der Welt zu haben und dennoch von Depression, Unruhe und Furcht erfüllt zu sein. Aber du, Kind Gottes, hast alles. In Christus hast du alles. Du hast ewiges Leben. Du hast alle Verheißungen Gottes, die in der Bibel stehen. Du hast den Heiligen Geist und darfst alle Früchte des Geistes haben. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Du hast nicht nur alles, sondern der Teufel hat dich auch noch ganz besonders im Visier, weil du im Bild Gottes geschaffen bist. Mein Freund, herzlich willkommen in der geistlichen Kampfführung. Geistlichen Kampfführung. Geistlichen Kampffahrung. Geistlichen Kampffahrung. Geistlichen Kampffahrung.